moin moin und da sind wir wieder zurück so jetzt wird der dritte weg angang erst mal reparieren genau kraft nachschmeißen kann ich sicherlich mal auffrischen und hier nämlich sowas das gebe ich euch jetzt mal auch das schicke ich euch mal was von bereicher eine bodel so und dann nachricht senden dann geht hier es gibt für jeden ganzen fast also außer oskalon und nicht mit karamell noch mal die drei wege ja bla bla und der seid ihr bereit zum kampf ich war ihr ausbilder diese soldaten zeigen euch den scharfen stahl der schaufler aber denkt dran tötet die verlogenen generäle sie müssen fallen bevor sie den zerstörer mobilisieren ja dann mal los ja toller general ne steht hinten lässt andere machen wo bleibt das ja ich musste gerade eine fette motto beiseite schaffen guck vor meinem bildschirm mhm ah jetzt hast du so einen fleck wir springen über die erste und zerschlagen einfach nur die zweite barrikade ok wenn durch ja äh hoch dann rechts wir laufen weiter ja wir laufen weiter wir ignorieren die erstmal noch solange wir können da unten und jetzt um die ecke und stehen bleiben hier stehen bleiben vorbereiten auf kampf go ok so jetzt hier kurz warten 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 wir gehen gleich da in die ecke dann ziehen wir den boss zu uns und was er sonst so bei sich hat mhm also heilquelle ist bei dir ja schon da und der andere hals gilt über die eule ja ja den weg habe ich doch schon öfters gemacht aber wieso ist er bei mir nicht abgehakt das verstehe ich nicht weiß ich nicht hier gibt es auch noch einen erfolg der alles zählt und da fehlen wir dann auch sachen die denkst du ja ja wir gehen hier in die ecke hier hin geht da ja so das ist unser hauptgegner der kommt aber noch nicht ihr seht das brennen blutungen oder was weiß ich was eng und krampf jetzt sehen den typen wir haben wieder ordentlich brennend raus gut funktioniert alles klar wir kommen jetzt noch mal so ein paar handel die bringen wir auch noch um aber hier drin machen wir das n 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 die kultur n Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, der eine Okay, versuchen wir einen zu fokusen Du liegst, scheiße Kriss mich hoch, heil dich aber nicht, dass du selbst kippst dabei Ja Von hinten Nein, näher Aha Lass sein Pettig heilen Ja, sobald es geht Jetzt Das braucht ja ein paar Sekunden Bis man Muss sein Pettig Gar nicht So, der Dino ist das, oder was? Einmal das hier umbringen Nicht, nicht Michael, ne? Lotchen Lotchen Jetzt aber Ja, so Episch Ganz harte Kämpfe Ja Man muss ja auch irgendwie die Das machen wir alles noch absichtlich Man muss ja die Spannung aufrechterhalten Das ist ja Ah, deswegen hat er irgendwie auch den Kampf rausgehalten Ja So, jetzt gehen wir hier an die Kante Easy und klar gewesen Springen hier runter Ups Und stehen bleiben, ne? Jetzt seht ihr hier vor uns so Elite spinnen Mhm Dann kommt eine Blockade Ja Dann kommen ein Haufen Schaufler Wir durch Wir rennen Wir springen hier runter Rennen durch an die Blockade Hauen die Blockade in tausend Teile Und rennen über die Brücke Hinter der Brücke Direkt am Ende der Brücke Biegen wir links ab Auf so einen kleinen Vorsprung Okay Okay Ja Und weiterlaufen, weiterlaufen Ja Und links abbiegen Ja Und über die Kante rennen Ah Sie sind durch die Marikaden Jetzt musst du das nochmal laufen Die Spannung Die Spannung Ich muss ganz von Anfang Ja, ja Muss durchlaufen Aber du kannst ja mit deiner Eule Mit der F2 Kannst du dich so vorwärts lippen Und mit der Oder mit der F1 Und mit der F2 Kannst du dir permanent Eile geben Das vorwärts lippen geht glaube ich nur zum Gegner Ne Ne, das geht auch so Ne, das geht auch so Ne, das geht auch so Geht auch so Ich nehme die Eule immer rein Wenn ich mit dem Wald die Farmen gehe Wo ich irgendwie schnell irgendwo noch hinlaufen muss Die Stats auf Arthur. Und nicht so schlimm, der Platz. Also ein bisschen scheiße, aber... Na gut. Rätseln wir ihn mal. Ja. Fail. Ja, du musst mehr spielen. Was sagt Uwe? Einmal mich über die Map gewählt. Du musst mehr spielen, ja? Dann kann man sowas besser. Ist so. Sagst du? Ja. Jetzt wieder hier an der Tür irgendwie war das, ne? Nö, einfach hier den Typen da klatschen. Ach so. Ohne rechts runter zu laufen, bitte. Aui. Ja, aber nur so viele Zustände. Du musst du F3 ziehen. Ich kann gerade aber auch nichts helfen, nichts heilen. Ja, war der Schaden auf den, war der, war der, hat keiner. Ach so, alle liegen. Aber noch machen wir Schaden. Hoffentlich kriegt er ihn noch weg, ey. Ah, die Eule rappt, ne? Jo. Sehr gut, sehr gut. Nein, nein, nein. Bei einem Prozent. What the fuck. So, dann auch alle nochmal. Beschreude. Der hat auch gleich wieder 100 Prozent, vor allen Dingen. Ja, das ist das. So, genau. F2. Genau. Na, guck mal, Cop, der hat das nicht so weit geschafft. Ne, da fahren wir weiter. So. Und wieder F2, geht bestimmt. Ja. Eigentlich wollen wir immer nur so laufen. So. Hopp. Sascha, ey, fast zusammen zu death. Oh, ich bin nicht gestorben. Ein Wunder. So, okay. 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 Das ist gut. ich werde nicht mehr von hier die bilder ja jetzt muss ich mal jetzt noch kommen damit ja ja okay jetzt kommt die nächste hürde oder wir können die auch weg machen aber die sind übel ach die sind gar nicht so schlimm oh doch so einer ist mit zwei sind dann genau den übersegen ja es kommt hier kommt gleich so ein fahrzeug hoch und gegner aus wir müssen das was soll er kloppen ja echt so viel damage aus einpacken wie geht also vielleicht was hast du noch als waffe außer spät horn wollte mich jetzt ja hammer kolben also so wie eine kolben sei schon hier streitkommen ja ja und bogen aber bogen bringt ja nichts mit singen schild habe ich auch immer und schild habe ich auch aufgestellten schild habe ich schon vielleicht kannst du streitkolbenschwerd reinnehmen und dann wenn wenn auf deinem großschwert die gerade nichts geht für ein paar sekunden so ein bisschen beim streitkolben 23 weit kommen schwert das wohl das schwert bringt sagt ich nicht nackt das nicht noch oder ein zweiter in der axel ich noch nicht die musik noch bauen ja bringt vielleicht auch nicht er schwert und streitkolben nämlich hörnchen raus ja kannst machen weil die gegner die da born die wollen wir eigentlich nicht alle machen ja wir wollen möglichst schnell den wagen wegklauen mal sehen wie gut das streng und schwert und wenn wir bombe sehen ollie bomber typen dann schiebt du die hier drunter hier drunter und dann ignorierst du die ja wo seid ihr denn hier wie macht ihr denn da den wagen kaputt ich freue mich noch drauf schieß mal die bombe da drunter ach so ich jeder ach so ich schüsse gerade mit mich zu fühlen feuer ab und in ich schieße mal auf den hall das so immer den hall erzeuger relativ low hat den da hinten okay wird das noch was ich bin der wir haben es ja nicht weit und das stimmt das einzige was so viel ist ein ambos ja noch keine 100 prozent ja jetzt okay ich weiß ich den mal der wollen orientieren oh bomber so machen wir die beiden machen wir die beiden machen wir sie vielleicht auch weg oh oh what the fuck ey oh oh Ah, ich bin ganz weg. So langsam haben wir sicher, sind die Bomber da unten? Aha. Kannst du noch outfight oder irgendwas? Ne, tot. Ja, lass mal neu anlaufen. Ne, Sascha wieder? Ja. Na gut, da. Wo gehen wir jetzt später? Da, ich liege auch schon wieder. Okay. Lieber sterben, wo du alle wegschießt, weil dann kommt die nächste Phase. Ja. Oder outfight gehen. Das wir porten können. So. Ja, Ambus füllt hier, ne? Auf der Ecke. Ja, nu. Jetzt sollten aber einige der Bomber da drunter sein. Ja, hoffentlich. Dann können wir uns mal nicht schön unter den Autodack zu machen. Okay, hier ist jetzt einer nochmal. Ja. Den bringen wir einfach schnell um. Ne, die sind ab. Vorheilung, bravo. Oh. Steh wieder. Ah, Sekunde zu spät. Boah, what the fuck, ey. Meine Güte, da ist zu viel. Wir gehen gleich erstmal auf die Typen, die hier stehen, geschlossen, ne? Versuchen wir dann, ne? Ja, okay. Ja, und lassen sie es automatisch finden. Schieß mal den einen Bomber, Chris, du den noch weggeschossen? Oh, Moment. Das ist doch ein Bomber nochmal, oder nicht? Ja, ich probier's. Ach. Ja, dann. Ah, vielleicht krieg ich ihn noch. Ich glaube nicht, ne. Ne. Wir können noch einmal ganz am Anfang porten, reparieren und die dann wieder runter porten. Joa, das machen wir. Ja. 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 Oh. 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 Auf der Stelle aber einen kurzen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Tschü, tschü. Ja. 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 Ja.